Hello und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade aufgewacht und mache mir jetzt meine Ölmaske in die Haare. Weil ich dann gleich ein bisschen Sport machen möchte und dann danach duschen gehe. Ich benutze immer noch dieses Rosmarinöl. Da benutze ich es immer noch nicht regelmäßig genug, um zu sagen, ob es wirklich so richtig krass was bringt oder so. Ich mache es eher so, weil ich so denke, es schaltet ja wahrscheinlich nicht, oder? Also, naja, ich rebe das jetzt hier so ein bisschen ein, mache ich mir meine Haare hoch und dann hole ich mein Laufband raus. Jetzt duschen. Ich habe gerade noch kurz ein bisschen gefrühstückt in der Zwischenzeit. Ich versuche mir wirklich anzugewöhnen, nicht Kaffee zu trinken, bevor ich frühstücke, aber ich bin ganz ehrlich zu euch, ziemlich häufig trinke ich Kaffee, bevor ich frühstücke morgens. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so ein Mensch, der morgens aufwacht und sofort so Hunger hat. Bei mir dauert das so ein bisschen irgendwie. Ich habe gestern auf Instagram mit so einem Fragensticker gefragt, was so eure All-Time-Favorite-Serien sind. Kommentiert es auch gerne mal hier, weil ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Serien, die einfach gefühlt fast jeder mal mindestens einmal gesehen hat irgendwie so. Einfach so diese Serien, wisst ihr, die so richtig beliebt sind, sowas wie Vampire Diaries. So viele Menschen haben Vampire Diaries schon mal geguckt. Für mich sind es auch Sachen wie Friends, Modern Family, Grace Anatomy, Brooklyn Nine-Nine. Ist auch einer meiner absoluten Favoriten, wobei ich das Gefühl habe, dass da irgendwie zu viele Leute drüber sprechen, wie über andere Sendungen. Naja, auf jeden Fall habe ich gefragt, weil ich wollte mal wieder so eine Sendung entdecken, die so Kultstatus gefühlt hat. Wisst ihr so? So irgendwas, was so viele Leute geguckt haben, was viele Leute geliebt haben, was ich noch nicht gesehen habe. Ich habe jetzt auch schon richtig lange nicht mehr wirklich Serien geguckt, weil ich halt meistens so am Lesen bin. Aber ich mag es tatsächlich ganz gerne mit dem Laufband eine Serie gucken. Manchmal lese ich auch nebenbei, aber ab und zu habe ich einfach Lust, eine Serie laufen zu lassen nebenbei und ab und zu mal so ans Handy zu gehen und da noch irgendwas zu machen. Eine Sache, die mir auf jeden Fall häufig vorgeschlagen wurde, war Supernatural. Und ich weiß, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, aber ich habe es halt noch nie geguckt. Ich habe das Gefühl, das gehört so zu den Sendungen, die die meisten Leute irgendwann mal geguckt haben. So hat ja auch ultra viele Staffeln, habe ich jetzt gemerkt. Richtig crazy. Auf jeden Fall habe ich das jetzt angefangen und ich finde es bisher auch ganz lustig eigentlich. Ich finde es immer voll lustig, wenn man so Sendungen anfängt, die schon länger her gestartet sind. Und dann so am Anfang halt noch so Special Effects mäßig so voll alt sind, sage ich jetzt mal. Ich finde es halt voll cool, weil man sieht dadurch voll, wie krass viel weiter wir gekommen sind in den letzten Jahren, so was sowas angeht. Und bei der Sendung ist es auch übelst witzig, weil die Übergänge so und die Special Effects mit dem Übernatürlichen und so, das sieht so funny aus alles. Ich habe aber jetzt erst so zwei, drei Folgen oder so geguckt, ich weiß gar nicht genau. Fertig. Jetzt gibt es aber endlich Kaffee. Was sagt das über mich aus, dass ich mich so sehr auf meinen Kaffee freue? Egal. Cheers. Wollte ich nochmal ganz kurz erzählen, diese Signieraktion bei der Brandung Graf von meinem Planer ist bald vorbei. Also wenn ihr noch einen signierten mit persönlicher Signatur bestellen wollt, dann müsstet ihr das jetzt noch machen. Ich würde mich natürlich riesig freuen. Der Planer ist wie gesagt für alle geeignet. Ihr habt ganz viele verschiedene Inhalte da drin, ganz normale natürlich so. Planer-Inhalte, Wochenübersichten, Monatsübersichten, alles mögliche. Aber eben auch Rezepte, Tipps, Reflexionsseiten, Buchtipps, alles mögliche. Zum Beispiel auch hier was zur Achtsamkeit geschrieben, auch so ein bisschen was aus meinem Psychologiestudium mit einfließen lassen. Also wenn euch der Planer interessiert und ihr den gerne mit einer persönlichen Signatur haben möchtet, verlinke ich euch den Link unten. Das ist natürlich ohne Aufpreis. Kostet genauso viel, wie wenn ihr den sonst bestellen würdet. Aber es ist halt nur eine zeitlich begrenzte Aktion. Also schaut da gerne vorbei, falls es euch interessiert. Ich habe gerade ein paar TikToks noch am Handy geschnitten und jetzt fülle ich meine Wasserflasche auf. Ich will jetzt noch ein bisschen weiter arbeiten am Handy und später habe ich dann noch Vorlesungen. Und zwar in dem Modul, die letzte, vor der nächsten Prüfungsphase, die übrigens wieder ansteht bei mir. Trimester-System ist super. Dadurch habe ich statt zweimal im Jahr eher so dreimal im Jahr Prüfungsphase. Habe ich Bock? Nein, aber das wird schon. Bei mir ist gerade was angekommen. Ich will es euch zusammen auspacken. Und zwar ist es wieder meine Mahina-Club-Abo-Box quasi von Pure Lay. Pure Lay hat ja so einen Mahina-Club quasi, wo ihr so ein Abo machen könnt. Und dann bekommt ihr jeden Monat ein neues Schmuckset und auch Gratis-Goodies dazu. Diesmal ist es die Tropical Glam Edition. Ich habe diesmal sogar alle drei Farben von Pure Lay bekommen, damit ich euch die einmal alle zeigen kann. Und zum Verlosen. Richtig super. Und das Goodie diesmal richtig geil. So eine Matte Contour Cream von Trended Up. Richtig geil. Ich wollte mir den letzten Test sowas nachkaufen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Das diesmonatige Set hat so einen richtig süßen Muschelanhänger und eine süße Wasserperle. Und es gibt passende Ohrringe dazu. So sehen die aus. Richtig cute. Als Mahina-Club-Member bekommt ihr einfach zwei wasserfeste Schmuckstücke im Monat. Den Wert von mindestens 70 Euro für 29,90. Mit dem Flex-Abo könnt ihr auch jede Zeit pausieren oder kündigen. Also ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Ihr könnt es theoretisch auch direkt nach der ersten Bestellung, wenn es auch nicht so euer Ding ist, wieder kündigen. Also ihr habt wirklich nichts zu verlieren, es mal auszuprobieren. Vor allem für Leute wie mich, die halt so richtig gerne voll viele verschiedene Schmucksachen haben und immer mal gerne durchwechseln. Einfach mal gerne was Neues ausprobieren. Das ist richtig cool. Und du einfach jeden Monat neuen Schmuck bekommst. Kannst natürlich auch die Farbe aussuchen. Ich bin ja so ein Gold-Girlie. Das habe ich jetzt auch Gold angezogen. Aber es gibt auch noch Rosé-Gold immer. Und natürlich Silber. Wenn euch bei einzelnen Monaten mal die Schmuckstücke nicht gefallen, könnt ihr auch einfach überspringen. Ich habe natürlich auch einen Code für euch, falls ihr es mal ausprobieren möchtet. Und zwar Maggie Tropical. Damit bekommt ihr 10% auf alle Mahina-Club-Abo-Modelle und auch Mahina-Club-Kollektionen. Das heißt, auf der Website könnt ihr auch teilweise Schmuckstücke so aus vorangegangenen Monaten noch kaufen. Da gelten die 10% dann auch. Also probiert es gerne mal aus. Ich kann es absolut nur empfehlen. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach erst mal einen Monat machen. Es macht einfach richtig Spaß, wenn jeden Monat so ein Paket ankommt mit neuem Schmuck und Goodies und so. Es ist einfach toll. Ich liebe es total. Ich habe es euch auch schon ein paar Mal vorgestellt. Ihr wisst schon, dass ich es liebe. Ich liebe Pure Lay Album. Über die Jahre hinweg super viel Schmuck von denen auch schon gehabt. Weil man super zufrieden mit der Qualität, auch Langlebigkeit. Ich bin halt so ein Mensch, ne? Ich mache meinen Schmuck mich so gerne ständig ab. Ich dusche auch meistens damit. Ich schlafe auch damit. So, wisst ihr? Mein Schmuck muss halten. So, falls ihr es mal ausprobieren wollt. Link ist natürlich in der Bio. Nutzt gerne meinen Code Maggie Tropical. Auch eine mega geile Geschenkidee. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich meiner Mutter mal so ein Abo schenke für so ein paar Monate oder so. Wisst ihr? Kurze Kuschelpause. Mal kurz einkaufen, weil ich noch ein paar Sachen brauchte. Für eine Sache, die ich gleich machen will. Ich freue mich schon. Zeit für die Vorlesung. Symptome sind jetzt in dem Fallbeispiel konkret genannt. Ich wurde mit Essen beliefert. Curry. Nur nochmal, damit es sich irgendwie abgrenzt. Ich leg was hinzu. Im Grunde genommen, ne? Und fertig. Es ist 21.10 Uhr. Milau, Zeit zum Kuscheln. Nächster Tag, ich muss dringend die Küche aufräumen. Deshalb mache ich das jetzt erstmal. Das ist das aktuelle Hörbuch. My Hot British Boyfriend. Ich mache jetzt meine Nägel mal wieder neu. Ich habe die ja auch ganz lange Zeit lang Pause gemacht. Einfach nichts auf den Nägeln. Das ist ungefähr die Inspo. Das ist nicht recht mit dir. Ja, okay. Voll cool, dass du so lange kennst. Voll süß, wie du versuchst, das mitzureißen. Oh, mein Schatz. Das ist die Inspo, nur ich mache ein anderes Pink. Aber ich wollte so ein Pink und dann so ein Paar mit Blumen. Ich hoffe, ich kriege es hin und verzweifle nicht. Ich mache das übrigens, ich habe kein Dotting-Tool oder so bisher. Ich mache es einmal einfach mit so einer Haarklammer. Die ist einfach nur noch eine halbe davon. Und ich benutze die so für die Pünktchen. Es funktioniert einigermaßen gut eigentlich. Kann man machen zumindest. Fertig. So sieht das Ergebnis jetzt aus. Ich finde es richtig cute. Ist natürlich nicht perfekt, aber ist mir egal. Ich habe heute auch wieder Vorlesungen, aber diesmal nur so Referate quasi. Und ich habe meins schon gehalten. Also kann ich diesmal nur zuhören und einfach das einsaugen. Dafür habe ich mich heute mal auf den Balkon gesetzt, weil es wird das irgendwie schön. Es wird zwar schon ein bisschen kühler jetzt, wo die Sonne weg ist, aber es ist trotzdem schön draußen und ich finde es gerade irgendwie entspannt. So quasi die Vorteile der Online-Uni. So, was ich machen wollte, ne? Wofür ich nochmal einkaufen gegangen bin. Ich hatte diese riesen Mango gekauft letztens. Und ich habe es vielleicht schon mal in einem Blog gesagt, aber ich habe irgendwie die ganze Zeit Bock auf Mango Sticky Rice. Und wir waren letztens bei so einem thailändischen Restaurant und hatten die genau das leider gerade nicht mehr. Und ich habe es noch nie gegessen, aber ich habe trotzdem ein Craving dafür. Kennt ihr das? Ich habe dieses Video von Nada Smith gesehen, wo sie so gesagt hat, und kennt ihr das, wenn ihr sowas crabt, was ihr noch nie zuvor hattet und habt ihr auch so ein Mango Sticky Rice gemacht? Ich war so, ja, same girl. Also machen wir das jetzt. Ich habe noch Kokosmilch geholt. Und überall stand Klebreis. Und ich wusste nicht genau, es gab bei mir keinen Klebreis. Deshalb habe ich jetzt Milchreis geholt. Keine Ahnung, ob das falsch ist, aber der ist doch auch ein bisschen klebrig, oder? Hat Google zumindest gesagt. Den Reis brauche ich jetzt einfach im Reiskocher. Da kommt die Soße für den Reis. So, Reis ist fertig. Und da kommt jetzt die Soße rein. Und verrühren. So, jetzt noch die Soße für oben drauf. Wieder in den Topf. Wieder Kokosmilch. Ich DIY das jetzt ein bisschen, okay? Ich mixe so ein paar verschiedene Rezepte, die ich gelesen habe, zusammen. Ein bisschen Kondensmilch. Und wieder ein bisschen köcheln. Ich mache da jetzt noch ein bisschen Stärke rein, damit es ein bisschen dicker wird. So, anrichten. Ich mache es jetzt nicht so hübsch oder so, aber ich versuche ein bisschen. Fertig. Ich hoffe, es schmeckt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich mache mal kurz ein Tastet, bevor ich rübergehe. Das ist schon ultra lecker. Aber das wird definitiv sehr wettigend. Guten Morgen. Ich mache mich gerade fertig, um gleich mit einer Freundin zum Brunchen zu gehen. Ich freue mich schon sehr, aber ich wollte euch trotzdem nochmal sagen, dass ich mich wie immer riesig mit einem Daumen nach oben und einen Kommentar bei diesem Video freuen würde. Lasst uns da noch gerne ein bisschen quatschen. Schaut auch super gerne bei Instagram und TikTok vorbei für weiteren Daily-Content. Auf meinem Booktop-Profil läuft aktuell auch noch richtig fette Verlosungen, falls ihr da Interesse dran habt. Schaut auch gerne noch bei einer Seknie-Aktion für meinen Planer vorbei. Und natürlich bei Pure Lay. Nutzt meinen Code MaggieTropical. Alle Links findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Love you.